Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Martin Beck und ich bin Experte der Inka-Tradition. Ich bin überzeugt davon, dass für uns alle diese momentane Krise nicht wirklich einfach ist. Ich glaube, dass sie auch ziemlich hart ist. Und wir alle finden unseren eigenen Weg durch diese Krise hindurch. Ich bin zum Beispiel unglaublich dankbar dafür, dass ich vor vielen, vielen Jahren diese Inka-Tradition kennengelernt habe. Denn gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten hilft sie mir, all die Dinge, die mich beschäftigen und auch meine Probleme, viel einfacher zu bewältigen. Und was mir ganz viel Kraft gibt, ist dieses Weltbild, was dem Ganzen zugrunde liegt. Dieses menschenfreundliche Weltbild, was mir immer wieder auch sagt, du bist nicht alleine. Da gibt es ganz große Energien, kraftvolle Energien, die dich halten. Und alles ist im Überfluss vorhanden. Das Leben ist im Überfluss vorhanden und alles, was wir brauchen, ist im Überfluss vorhanden. In diesem Weltbild gibt es auch die Pachamama. Sowas wie der weibliche Gott oder der weibliche Aspekt des Universums. Und die Pachamama ist die, die uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Wenn wir mit ihr in Kontakt gehen, wenn wir uns mit ihr verbinden, verbinden wir uns mit dem Überfluss des Lebens. Und das mache ich zum Beispiel jeden Tag. Ich spreche jeden Tag mit der Pachamama. Ich erzähle ihr, was mich belastet. Ich erzähle ihr, was mir Sorgen bereitet. Ich gebe das in Form von schwerer Energie an sie ab. Sie transformiert es und sie gibt mir Energie zurück. Sie füttert mich, wie eine Mutter ihr Kind füttert. Und damit bekomme ich von der Pachamama jeden Tag Energie und jeden Tag all das, was ich zum Leben brauche. Und dadurch geht es mir wirklich gut. Ich lade dich ein, mehr davon zu erfahren und dich einfach mal mit der Inka-Tradition zu beschäftigen. Vielleicht spricht es dich an. Ich freue mich darauf. Bis bald. Alles Gute und komm gut durch diese schwierige Zeit. Bis dann. Tschüss.